Oh ja, den kenne ich. Na ja, zelebrieren etwas, das man geschafft hat zu feiern. Zelebrieren, mein ich, ist so, wenn du tausende von Freunden sammeln, das ist so richtig, du versuchst ja deinen Status sozusagen zu erhöhen dadurch, ja, und dadurch feierst du dich ja selber. Indem er jetzt zum Beispiel bei Facebook reinschreibt, ja, Prüfung bestanden oder sowas. Feiern, ausleben, zelebrieren. Feiern. 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 Party machen. Party. Party ohne Ende. Feiern, 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 Feierabend. Ne? Das Thema der Studentischen Medientage 2011 ist mediale Inszenierung. Einstudieren, aufpolieren, zelebrieren. Wie inszenieren Medien, wie inszenieren wir uns selber? Das spricht aber natürlich nicht nur Medienwissenschaftler an, sondern die mediale Inszenierung ist eben ein Thema, was uns ständig begegnet. Die Besucher der Konferenz können bei uns einiges erwarten. Wir haben neben den theoretischen Vorträgen und Workshops ein Angebot. Das heißt, die Besucher haben die Möglichkeit eigene Konzepte zu erarbeiten. Klima im Lunt kinletisch entscheidet. Wie inszenieren tierوجасть. Wie inszenieren articles funktioniert. stille sein. Wir müssen übernehmen Travel點.